Hunde kommunizieren ständig mit uns. Leider sind wir oft nicht in der Lage, die Signale richtig zu verstehen. Oder zumindest nicht im vollen Maße. Unser heutiges Video soll eben genau das verhindern und euch ermöglichen, eine ganz besondere Bindung mit eurem Hund aufzubauen. Bleibt dran, um 10 wichtige Signale verstehen zu lernen. Hundeerziehung und Hundetraining sind die Grundpfeile eines guten Zusammenlebens. Dafür benötigt es natürlich ausreichend Zeit und Lust. Seid also nicht frustriert, wenn es keine unmittelbaren Ergebnisse zu sehen gibt oder die Entwicklung stagniert. Wichtig sind kurze, regelmäßige Übungseinheiten, verschiedene Trainingstechniken und eine positive Verstärkung. Sei es durch Leckerbissen, eine beruhigende Stimme oder Streicheleinheiten. Einen Hund aufzunehmen ist eine Verpflichtung für den Rest des Hundelebens. Deshalb sollte die Entscheidung gut überlegt sein. Hunde sollten nicht zurückgebracht, vernachlässigt oder misshandelt werden. Sie haben Gefühle und für deinen Hund bist du sein Ein und alles. Ein Hund ist in allen Belangen von seinem Härchen abhängig. Futter, Gassi gehen, Tierarzt wie Suche. Ihr müsst die notwendige Zeit eurem Hund widmen, damit seine Gesundheit nicht leidet. Aber keine Sorge, es ist ein Geben und Nehmen. Und der Hund wird diese Treue und Liebe mit Freude erwidern. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von positiver Verstärkung viel effektiver ist als eine Bestrafung. Wenn es darum geht, euren Hund zu erziehen, ist es wichtig, positive Verstärkung anzuwenden, da ihr sonst den Stresspegel erhöht, Verwirrung stiftet und eure Bindung schädigen könnt. Ebenso ist es nicht effektiv, eurem Hund Spaziergänge oder dessen Lieblingsspielzeug zu verweigern. Sie werden die Bestrafung wahrscheinlich nicht mit dem Vergehen in Verbindung bringen können. Wenn euer Hund plötzlich anfängt, die Möbel zu zerbeißen oder drin sein Geschäft zu verrichten, bestraft ihn nicht. Das Auftreten dieser oder anderer ungewöhnlicher Verhaltensweisen zeigt, dass etwas nicht stimmt. In diesem Fall wird ein Tierarztbesuch empfohlen. Um Krankheiten oder physiologische Probleme auszuschließen. Wenn das Problem im Verhalten liegt, muss möglicherweise ein Hundeethologe aufgesucht werden. Die Kenntnis der Hundesprache ist entscheidend für die Interpretation ihrer Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigung. Hunde kommunizieren mit allen Körperteilen, vom Schwanz bis zur Nase. Wenn ihr darauf achtet, können Konflikte vermieden werden. Man hat immer weniger Freizeit und deswegen halten es viele Menschen für ausreichend, mit dem Hund schnell vor die Tür zu gehen, um das Geschäft zu verrichten. Das ist ein schrecklicher Fehler. Wie jedes andere Tier braucht auch der Hund täglich Auslauf, um gesund zu bleiben. Die Spaziergänge können mit Spielen und abwechslungsreichen Aktivitäten kombiniert werden. Es ist wichtig, sich an die spezifischen Bedürfnisse des einzelnen Hundes anzupassen. Ein Hund braucht einen warmen Schlafplatz im Winter und ein schattiges Plätzen im Sommer, regelmäßigen Auslauf, Spielzeug, gutes Futter und einen Rückzugsort, wenn er es braucht. Dies ermöglicht ihn, in das Familienleben integriert zu bleiben, bietet ihm aber auch Privatsphäre, wenn sie sich ausruhen möchten. Bevor ihr also einen Hund aufnehmt, müsst ihr sicherstellen, dass ihr ihm all das bieten könnt. Es ist weit verbreitet, Hunde als Menschen anzusehen, sie zu kleiden, in unseren Armen zu tragen oder das für Hunde typische Schnuppern zu verbinden. Aber sollten wir dem Hund wirklich menschliche Bedürfnisse und Verhaltensweisen zuschreiben? Wir müssen die Natur respektieren und das Wesen des Hundes fördern, indem wir den Hund Hund sein lassen. Es heißt, der Hund sei der beste Freund des Menschen. Er wird oft als Symbol der Loyalität angesehen. Die Bindung, die Hunde mit ihren menschlichen Begleitern eingehen, ist stark und dauerhaft. Sie wird für den Rest des Lebens aufrechterhalten und es liegt an euch, euch zu revanchieren. Zuneigung, Liebe und eine verantwortungsbewusste Haltung sind Möglichkeiten, die Freude zurückzuteilen, die euer Hund euch in eurem Leben bringt. Zuneigung, Liebe und eine verantwortungsvolle Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020